Mega-Angebot, so viel würde Man City für Jamal Musiala zahlen. Auch sobald Jamal Musiala so lange bis zu einem Sommer 2026 vertraglich noch an den FC Bayern unselbstständig ist, gibt es dennoch immer nochmals Gerüchte und Spekulationen jenseits einen vorzeitigen Abschiednehmensakt von der ESA. Vor allem Manchester Stadtzentrum hofft auf einen Transfer-Ulk beim 21-Jährigen. Der englische Polier wird allerdings seit geraumer Uhrzeit mit Musiala in Berührung gebracht. Wie dasjenige Transfer-Durchgang Fichadjes jetzt berichtet, soll sich Manchester Stadtzentrum sehr tiefgehend mit dem Bayern-Star Jamal Musiala nicht zur Ruhe kommen lassen und könnte in dem Sommer einen konkreten Anlauf wagen. Bereit, für den deutschen Nationalspieler zutiefst in jene Beutel zu greifen. Nach Informationen von Fichadjes während Schubka Diolaco Demnach soll jene finanzielle Schmerzgrenze des Sky Blues jenseits 100 Millionen Euro liegen. Der aktuelle Börsenwert des FCB-Profis wird von Transfermarkt auf 110 Millionen taxiert. Musiala ist unveräußerlich für jene Bayern auch sobald solch ein Sonderpreis gepflegt finanziell betrachtet sehr interessant erscheint. Steht ein Veräußerung von Musiala bei dem FC Bayern nicht zu der Debatte? Der DFB-Star gehört zu den wenigen Spielern bei dem deutschen Rekordmeister, jene wir unveräußerlich gelten. Sportverstand Max Eberl bezeichnete Musiala jüngst wie wichtigen Modul für jene Zukunft und schwärmte in dem Erhebung mit der Leibesertüchtigung Bild vom Youngster. Mit ihm haben wir jene nächste Generation des FC Bayern allerdings jetzt in unserem Kader. Sprachlaut Eberl werden jene Bayern alles daran setzen. Aufgrund dessen Musiala auf Dauer an den Verband zu binden, bei Jamal ist eine Spielverlängerung ein großes Ziel. Eine übrige Auswahlantwort kann es für uns nicht geben. Konkrete Verhandlungen gab es bisher nur nicht. Dies könnte sich aber zeitnah ändern. Sprach laut dem Transferinsider Fabrizio Romane vorzubereiten jene Münchner derzeit ein großes Sonderpreis für Musiala vor. Gerüchten zufolge winkt dem offensiven Mittelfeldspieler eine sattige Halserhöhung. Musiala soll zu den absoluten Topverdienern bei dem FCB aufsteigen.